Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops hier auf dem Kanal von Snogs. Ja Leute, Fix ist mein Name. Hi, ich darf euch den Shop heute vorstellen, denn Chris ist immer noch im Urlaub. Falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch gerne nach dem Shop auf meinem Channel vorbeigucken. Erster Link in der Beschreibung. Mein Gaming Channel knackt fast die 300.000 Abonnenten. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Das wäre ziemlich nice Leute. Auf jeden Fall zeige ich euch heute den Shop, so wie wir ihn halt kennen. Leute, wir gehen hier oben auf Item Shop und ihr seht schon, die Football Skins sind am Stissel mal wieder. Waren ja gestern schon im Item Shop. Ich lasse sie jetzt einfach mal hier so durchlaufen, weil ihr kennt sie ja von gestern schon. Dieselben Skins wie gestern, also die linke Seite ist komplett genauso wie gestern. Ja, ihr seht auch dieselben Erdweckzeuge, dieselben Spitzhacken, Referee Skins sind wieder am Stissel und genau dieselbe wie gestern. Dann kommen wir auch schon zur rechten Seite und zwar auf der rechten Seite haben wir heute Disco Diva. Die Disco Diva ist am Stissel. Habe ich mir persönlich nicht gekauft, hat so eine Disco Kugel drauf, aber ich mag das irgendwie nicht so, weil der Backpack nicht ganz am Rücken dran ist, also wenn es irgendwie so unlogisch ist, wie bei dieser Disco Kugel. Und dann kommen wir auch schon zum Highlight des heutigen Shop. Und zwar kommen wir zum MLG Emote, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir hier das Lufthorn, Leute. Richtig nice Emote, wird sich natürlich nie gönnen für 200 V-Bucks. Vergesst nicht, wenn ihr euch was kauft im Item Shop, tragt euren Lieblings-Creator ein, unterstützt eure Creator dadurch auf Ehrenbruder Basis. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Emote und zwar den Touchdown-Tanz. Passend zum Superbowl, der läuft ja gerade im Moment, ich bin gerade ein bisschen am gucken. Und ja, passend zum Superbowl gibt es hier natürlich den Touchdown-Emote. Und ja, der nächste Emote, der letzte Emote von heute ist der nichtste Emote. Auch sozusagen ein Football-Emote, würde ich sagen. Einfach so, wenn jemand sagt, das war faul, dann sagt der Referee, nein, nein, das war kein faul. Kann man sich auf jeden Fall auch gönnen für 200 V-Bucks, matt, soll der Geiz. Ja Leute, heute ging es ein bisschen schneller, das war der Daily Shop von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst ihr natürlich wie immer einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, schaut beim ersten Link in der Beschreibung vorbei, kommt drüber auf meinen Channel. Ich würde mich sehr freuen, Road to 300.000 Team Stocks. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dabei helfen könntet. Naja, bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.